jo liebe leute weiter geht's heute mit assassin's creed 4 black flag wir machen heute weiter und sammeln uns die letzten drei animus fragmente die fehlen uns doch ein bisschen und zwar ist hier eins drin das werden wir uns heute wohl die frage ist kommen wir da ohne probleme ran oder wie wir wollen wo es geht eigentlich sieht nicht schlecht aus wir kriegen schon jetzt noch mal kurz ein bisschen moin freunde ein schütze oder ich komme hoch oder auch nicht jetzt wollen wir was halt ok mit bei not ein bisschen geld mitnehmen ihr habt es gerade auch gesehen ich mache hier oben einfach hier ich brauche ja nur darunter zu gehen keine sorge ich habe den schützen schon gesehen der kann ja nicht viel machen aus der distanz weiter und tschüss so nächste moin freunde oh das weiß ich eigentlich ich hatte hier fast gehabt gute nacht der wird jetzt noch viel ich wollte jetzt eigentlich fliegen gelassen aber scheinbar nicht aber kriegte darunter geworfen einfach tschüss das war mal ein bisschen was plündern eine rauchbombe hat er mir entdeckt da ja weinort gehen wir mit zwölf real hast du was sagt ist da unten komm ich da jetzt ohne doch da komme ich ohne Boden dran oder eigentlich war es mir anders gedacht aber es funktioniert genauso so dann haben wir damit auch das thema nein haben wir noch nicht ganz das ist hier noch hier ist noch eins hofern schade schade schokolade schon mal kurz über Das letzte ist irgendwo da oben. Na komm doch hoch da. Hör bitte. Da ist es. Das heißt wir müssen. Da hoch. Mal der Plan an der Sache. Jetzt muss ich gerade gucken. Wo wir dran müssen. Wir müssen da hoch. So 14. Fehlt nur noch eins. Und das ist hier. Und dann müssten wir, müssten wir tatsächlich Havanna komplett entdeckt haben. Dann haben wir alle Geheimnisse, alle Fragmente, alles Shantys, alles aufgedeckt. Und, äh, ja. Und dann können wir uns tatsächlich anfangen, die Missionen zu widmen. Und das werden wir nämlich dann auch tun in der nächsten Folge. Das letzte Ding wird jetzt hier quasi sein. Ja, tut mir leid, dass es jetzt gerade etwas kürzer ist. Alles ein bisschen. Aber wie gesagt, ihr werdet noch früh genug. Und rechtzeitig. Ähm. Dinge trinken. Ich lasse jetzt gerade mal so ein bisschen die Leute nebenbei sein. Hier wäre noch ein Händler. Oder? Ne, ist die Taverne, ist das, ne? Guck mal rein. Gerade kurz. Was das ist. Wir. Ja. So. Gefüllt. Ähm. Ähm. Äh, das ist das Schwachsinn. Brauche ich nicht. Ich bin sowieso nicht so der große Kunstwerke. Aber wir werden. Hoffentlich immer mal unser Munition. Brauche ich nicht. Ich bin eher gerade, wenn ich Assassin, wenn ich bei Assassin's Creed, dann bin ich eher so jemand, der tatsächlich versucht, da hoch zu gehen. Ich fühle mich da ein bisschen wohler. Das habe ich immer schon gemacht. So. Okay. Gehen wir rein. Und holen uns das letzte. Entschuldigung. Ich war keine Absicht. Ich muss da mal hoch. Boah. So. Hör mal. Wie kommen wir da jetzt ran? Da auf das Ding, ne? Perfekt. Wir haben alles. Und damit müsste Havanna eigentlich komplett entdeckt sein. Ich gehe mal kurz da hoch, damit wir, ähm, kurz jetzt mal einen Überblick verschaffen können. Ja. Gut. Naja, nicht ganz alles. Es fehlen noch ein paar Sachen. Nämlich, das, was wir jetzt angehen werden. Ähm. Ähm, das sind nämlich die Assassinenaufträge. Dafür werden wir, also nicht jetzt, wir werden es in der nächsten Folge angehen. Das heißt, ich werde jetzt anfangen, die Assassinenaufträge abzuklappern. Ähm, und dann hätten wir auch das Thema. Gut. Ich freue mich, wenn ihr wieder anschalten würdet hier. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es manchmal eine kurze Folge war. Ja, es ist halt einfach nur so gewesen, dass wir uns Dinge entdecken müssen. Wir haben tatsächlich Havanna jetzt bis auf die Assassinenaufträge alle komplett abgearbeitet. Das heißt, es sind da die Nebenmissionen, die dann noch zu tun sind. Äh. Es fehlen dann quasi noch diese Piratenretten-Dinger. Wieviel sind das überhaupt? Es ist nur einer, ne? Es wäre nur einer. Wenn ich das richtig sehe. Wisst ihr was? Wir machen's. Wir gehen jetzt erstmal die Piraten an. Diese Nebenquest an. Die sowieso schon eine Weile triggert. Und dann machen wir die Assassinenaufträge. Dann haben wir's. Und dann können wir die Hauptmission machen. Gut. Machen wir heute noch schnell ein paar Piraten, die gerettet werden wollen. Dann ist die Folge doch nicht so kurz. Aber warte, tata. Das tat nämlich weh. Heute dürfen wir. Jetzt geh ich bewusst dahin und mache die Piratenplan. Ich? Ich bin nicht mal Seemann. Du bist doch Miss Sugar. So, haben wir's denn schon? Ja. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Gerne. Na, jetzt kein Problem, muss ich sagen. Das war da, wenn ich das schon die ganze Zeit getriggert habe. So, und dann fehlt jetzt noch die Assassinenaufträge. Und dann haben wir sie alle komplett. Tatsächlich. Kommen wir durch. Oh, das kann ich mich jetzt gerade was erwischt habe. Oder war das jetzt ein... Aber ich glaube, das war ein Pirat. Ich glaube, da hat es gerade... Da haben die Feinde einen Pirat erwischt. Upsi. Na gut. Wie dem auch sei. Wir starten heute dann... Beziehungsweise in der nächsten Folge dann durch. Mit den Aster-Szenen-Aufträgen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Fleck.